Mein Name ist Seed. Man kennt mich auch unter dem Namen Serena Levis. Ich spiele nun seit über 15 Jahren Videospiele und teile meine Erfahrungen, meine Eindrücke und auch Emotionen mit euch. Dies alles über meinen YouTube-Kanal SeedMovie. Doch bis heute und bis jetzt kanntet ihr nur die Stimme hinter meinen Videos, aber nicht die Person. Bis jetzt. Folgt mir auf meine Reise und erfahrt ein bisschen mehr über mich. Folgt mir auf meine Reise und erfahrt ein bisschen mehr über mich. Folgt mir auf meine Reise und erfahrt ein bisschen mehr über mich. Folgt mir auf meine Reise und erfahrt ein bisschen mehr über mich. Bis jetzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020